das haus des dieser leiter stand die jahreszahl 1765 bei weiterer untersuchung entdeckte ich eine sprungfeder die meinem fingerdrucke wich und jetzt auf einmal während ich auf jene sprungfeder drückte öffnete sich der deckel des porträts und auf seiner innenseite fand ich die worte eingraviert marianne sei getreu im leben wie im tode deinem an dieser stelle folgte noch ein name der mir zwar nicht unbekannt war den ich aber hier an dieser stelle nicht nennen möchte nun hatte ich zwar schon früher in meiner kindheit den namen von alten leuten schon oftmals nennen hören als den eines charlatans der ungefähr ein jahr hindurch alle welt verblendet und allgemein ein großes aufsehen hervorgerufen hatte und der schließlich flüchtig geworden war weil man gegen ihn die anklage erhoben hatte seine geliebte und seinen glücklicheren nebenbuhler ermordet zu haben aber alle diese dinge behielt ich bei mir und nach einigem widerstreben händigte ich herrn jackson das miniaturporträt aus wenn uns auch die öffnung des ersten faches des eisernen schrankes keine mühe verursacht hatte so war dies dafür desto schwieriger bei dem zweiten fache obschon es unverschlossen war setzte es allen unseren anstrengungen es zu öffnen einen merkwürdigen widerstand entgegen endlich gelang es uns in einem spalt einen meißerlein zu treiben und auf diese weise das fach aufzuziehen wir entdeckten darin einen sehr merkwürdigen apparat der in peinlicher ordnung aufgestellt war auf einem kleinen dünnen buche flach wie eine platte stand eine gläserne schale die mit einer durchsichtigen flüssigkeit angefüllt war auf dieser schwamm eine art kompass mit einer nadel die sich rasch rundum drehte doch auf der kompass spitze waren statt der gewöhnlichen zeichen sieben merkwürdige zeichnungen angebracht nicht unendlich denjenigen mit welchen die astrologen die planeten zu bezeichnen pflegen dem fache entströmte ein absonderlicher geruch der weder scharf noch sonst unangenehm war erst später nahmen wir wahr dass das fach mit haselnussholz ausgelegt war von welcher chemischen ursache auch immer der geruch herrühren mochte jedenfalls übte er auf unsere nerven eine sehr merkwürdige wirkung aus von der sich sogar die beiden arbeiter die wir zur hilfeleistung mitgenommen hatten betroffen fühlte wir alle empfanden von den fingerspitzen bis zu den haar wurzeln einen prickelnden ziehenden schmerz ich nahm die schale empor voller ungeduld jene platte zu untersuchen auf der sie gestanden hatte sofort kreiste die kompassnadel mit ungeheuer geschwindigkeit um sich herum und zugleich fühlte ich meinen ganzen körper wie von einem heftigen stoße erschüttert so dass mir die schale aus der hand und auf den fußboden fiel der flüssige inhalt war somit verschüttet die schale zerbrochen und der kompass rollte in einen winkel des zimmers im selben augenblicke schienen die wände förmlich zu beben gleich als hätte ein rieses eine ganze kraft gegen sie geworfen und sie so ins schwanken versetzt die beiden arbeiter waren so von entsetzen ergriffen dass sie schnell die leiter hinauf weilten auf der wir von der falltür in das gemach herabgekommen waren doch gelang es uns sie zur umkehr zu bewegen als sie bemerkten dass weiter keine seltsamkeiten sich ereigneten inzwischen hatte ich das schmale buch geöffnet es war in glattes rotes leder gebunden hatte einen silbernen verschlusshaken und enthielt nichts weiter als ein einziges starkes pergamentblatt auf diesem stand in der mitte eines doppelfünfecks in altem mönchs latein das folgende was ich hier in getreuer übersetzung wiedergeben will alles was ich innerhalb dieser mauern erreichen kann totes oder lebendiges fühlendes oder lebloses will ich vernichten solange diese nadel sich bewegt herrscht über alles innerhalb dieser mauern mein wille verflucht sei dieses haus und ewig ruhelos seien seine bewohner weiter fanden wir nichts vor herr jackson verbrannte das buch samt seinem bannfluch das unterirdische gemach nebst dem zimmer darüber ließ er bis auf die grundsteine niederreißen darauf fand er den mut einen ganzen monat lang selbst in diesem hause zu wohnen und wahrlich man konnte in ganz london kaum ein ruhigeres gemütliches heim finden später gelang es ihm das haus vorteilhaft zu vermieten und keiner der abmieter hat jemals wieder eine klage über störungen oder sonstige geheimnisvolle vorgänge laut werden lassen doch ich bin mit meiner erzählung noch nicht am ende nachdem herr jackson in das haus eingezogen war besuchte ich ihn wenige tage später wir unterhielten uns am geöffneten fenster unten vor der haustür stand ein handwagen auf dem einiges hausgerät war das er aus seiner früheren wohnung hatte herschaffen lassen ich war gerade dabei ihm meine anschauungen eindringlich auseinanderzusetzen ich sagte dass meiner ansicht nach all jene erscheinungen die wir so leicht als übernatürliche zu bezeichnen belieben ihre ursache in dem gehirn und dem willen eines menschen haben um meiner ansicht noch mehr beweiskraft zu geben wies ich auf das zaubermittel und den fluch hin was nun beides aufgedeckt und zerstört worden war herr jackson entgegnete mir selbst wenn der mesmerismus oder eine andere ähnliche kraft wirklich in der abwesenheit des handelnden solche außerordentliche phänomene bewirken könnte so scheint es doch unglaubhaft dass diese handlungen noch nach dem tode des handelnden fortwirken könnten der anbau ist doch wahrscheinlich schon vor länger als vor siebzig jahren dem hause angefügt worden ebenso ist schon längst jener zauber hergestellt worden und somit ist die person von der alles ausgeht doch sicherlich längst dieser zeitlichkeit entrückt gerade während herr jackson dies sprach griff ich erschrocken nach seinem arm und zeigte zugleich auf die straße hinunter über den damm der straße schritt ein anständig gekleideter mann und näherte sich dem menschen der den handwagen gezogen hatte unser blick fiel gerade auf sein gesicht das gegen unser fenster gekehrt war und siehe es war das gesicht jenes miniaturporträts jenes edelmannes der vor drei jahrhunderten gelebt hatte um des himmels willen rief herr jackson das ist ja das antlitz des herrn de val und es scheint mir nicht einen tag älter zu sein als wie ich ihn seinerzeit in meiner jugend am hofe des rajah von serampur gesehen habe wir halten beide sofort die treppe hinunter ich war zuerst unten aber der mann hatte bereits seine schritte weiter gelenkt jedoch erblickte ich ihn noch in nächster nähe und nach wenigen augenblicken war es mir gelungen ihn einzuholen ich hatte erst die absicht gehabt ihn einfach anzusprechen wie ich aber ihm ins angesicht blickte fühlte ich dass mir dies völlig unmöglich sei wie in einen bann schlug mich sein auge das auge einer schlange und außerdem ging von dem ganzen wesen des mannes ein stolz eine überlegenheit und so viel würde und eine ruhige entschlossenheit aus dass es schlechterdings unmöglich erschien ihm mit einer gewissen zudringlichkeit entgegenzutreten was auch hätte ich ihm sagen und ihn fragen können von einiger scham über mein voreiliges unterfangen erfasst blieb ich einige schritte hinter ihm zurück aber obschon ich nicht wusste was ich eigentlich unternehmen wollte nahm ich die verfolgung dieses fremden wieder auf inzwischen war er um eine straßenecke gebogen ein wagen hatte ihn bereits dort erwartet an dem wagenschlag stand ein unlieferierter diener der fremde stieg ein die pferde setzten sich in trab und schnell war der wagen meinen blicken entschwunden so ging ich denn zu dem hause zurück woher jackson noch unter der haustür stand und mittlerweile den fuhrmann gefragt hatte was der fremde von ihm gewollt habe die antwort fiel mager genug aus er habe sich nur erkundigt wem zurzeit dieses haus gehöre am selben abend geschah es dass ich einen freund nach dem kosmopolitan club begleitete wie in allen derartigen clubs begegnet man dort menschen aus allen weltgegenden menschen aller rangklassen und weltanschauungen und man ist einigermaßen sicher dort immer eine angenehme zuweilen sogar eine hervorragende persönlichkeit anzutreffen während man dort bei einer guten zigarre eine tasse kaffee schlürfen kann kaum hatte ich mich im saale niedergelassen als ich einen meiner bekannten erblickte wie er an einem tische mit dem originale jenes miniaturportress im gespräche war da jetzt sein haupt unbedeckt war trat seine ähnlichkeit mit dem bilde umso stärker hervor doch schien es mir als wenn jetzt weniger strenge auf seinem antlitz läge hin und wiederum spielte sogar ein lächeln freilich ein mehr ernstes und ruhiges lächeln seinen mund besonders fiel mir die unwandelbare würde auf die sich in seiner ganzen haltung ausprägte man kennt dergleichen bei orientalischen fürsten deren caesarische würde ihre grundlage in dem bewusstsein hat dass sie menschen von unbestrittener unwiderstehlicher altangestammter machtfülle sind mein bekannter verabschiedete sich nach einiger zeit von jenem fremden das sich nun in eine wissenschaftliche zeitung vertiefte und dabei für nichts anderes mehr aufmerksamkeit zu haben schien ich eilte meinen bekannten um aufklärung zu ersuchen und fragte wer ist jener herr mit dem sie eben sprachen und was ist er jener herr das ist ein außerordentlich interessanter man vor einem jahre traf ich ihn mitten in den höhlen von hebräa dem biblischen edum es ist der größte hervorragendste orientalist der mir bekannt ist wir setzten nachher die reise gemeinsam fort und es begegneten uns dabei abenteuerliche zusammenstöße mit räubern bei welchen er mir durch die größte kalbblütigkeit und entschlossenheit das leben rettete später war er so freundlich mich für einige tage in sein heim einzuladen das er sich in damaskus gekauft halte es war ein wunderbarer aufenthalt dort das haus lag wie überschüttet von blühenden mandelbäumen und rosen schon seit etlichen jahren hatte er dort das leben eines vornehmen orientalen geführt fast will mir scheinen dass er auch zum glauben mohammeds übergetreten ist jedenfalls nennt er ungeheure reichtümer sein eigen ist aber bei alledem ein großes sonderling und nebenbei bemerkt beschäftigt er sich leidenschaftlich mit mesmerismus und allen geheimen wissenschaften ich habe selbst erlebt dass er es versteht an unbelebten dingen ganz märchenhafte wirkungen hervorzubringen beispielsweise wenn sie ihrer brieftasche ein papier entnehmen und dasselbe in die andere ecke des zimmers tun so ist er imstande dem papier zu heißen dass es zu ihm hinkomme und wahrhaftig das papier folgt seinem rufe und nach und nach windet es sich gleichsam wie ein lebendes wesen auf dem boden hin und her bis es zu seinen füßen angelangt ist ich versichere ihnen auf ehrenwort dass ich dies selbst erlebt habe mehr noch sogar dem wetter vermag er zu gebieten und er kann mit hilfe eines glasstabes die wolken sammeln und wieder ihnen befehlen sich zu zerstreuen allerdings vermeidet er es über diese dinge mit fremden zu sprechen seit langen jahren ist er nicht mehr in england gewesen und unlängst erst hier angekommen wenn ihnen daran liegt und sie es gestatten will ich sie ihm gerne vorstellen aber freilich sehr gern wie ist denn sein name o ein ganz alltäglicher richards wissen sie näheres aus welcher familie aus welcher gegend er stammt woher soll ich das wissen doch was hätte das auch auf sich jedenfalls ist es ein emporkömmling aber reich schwer reich mein bekannter führte mich zu dem fremden hin und stellte mich ihm vor im wesen dieses herrn richards lag allerdings nichts von einem parvenu oder einem abenteurer leute dieser klasse sind meist sehr geschwätzig voreilig reißen gern das gespräch an sich und drängen sich in jeder weise hervor dieser herr richards dagegen war ernst und gemessen und seine ausdrucksweise wie sein benehmen ähnelte mehr den formen früherer zeiten wobei sie sich durchaus frei von jeder lächerlichen übertreibung der höflichkeit hielten mir fiel aber auf dass sein englisch nicht gerade das der gegenwart war ja sogar dass sein akzent einen auffallend fremdländischen beiklang hatte jedoch es hatte herr richards dafür eine sehr glaubhafte erklärung indem er bemerkte dass es sich schon seit langen jahren entwöhnt habe sich seiner muttersprache zu bedienen das gespräch drehte sich um die umgestaltung londons seitdem er zum letzten male in der hauptstadt gewesen war mein bekannter zog die vielen veränderungen in der literatur in handel und politik ins gespräch und gedachte der hervorragenden männer der emporstrebenden großen geister die in den letzten zwanzig jahren vom öffentlichen schauplatz dahin geschwunden waren doch fand dieses gespräch bei herrn richards keine besondere teilnahme offenbar waren ihm die schriftsteller der gegenwart fremd geblieben und von unseren jüngeren staatsmännern schien er nicht einmal die namen zu kennen als mein bekannterin gelegentlich fragte ob ihm an einem eintritt ins parlament etwas gelegen sei flog ein lächeln über sein gesicht es war mehr ein innerliches lachen und merkwürdig von einem spöttischen blick steigerte es sich zu einem sarkastischen unheimlichen lachen und endete schließlich mit einem hellen hohen gelächter mein bekannter entfernte sich nach einigen minuten um mit freunden von ihm die im saale hin und her schlenderten zu reden und ich nahm die gelegenheit wahr scheinbar ganz beiläufig folgendes zu bemerken in dem hause das einst ihre wohnung war herr richards und das sie wenn nicht ganz doch wenigstens zum teil erbaut haben dürften sah ich ein miniaturporträt von ihnen heute morgen erst gingen sie an jenem hause vorüber während dieses satzes hielt ich die blicke niedergesenkt und wagte erst nach beendigung meiner kleinen rede die augen aufzuschlagen da sah ich wie seine blicke unverwandt auf mich gerichtet waren so dass ich mein auge kaum mehr von seinen faszinierenden schlangenaugen abwenden konnte wieder meinen willen und gleichsam als ob nur mit mühe sich die worte auf meinen lippen formten setzte ich leise flüsternd hinzu ich habe die geheimnisse des lebens und der natur durchforscht dabei habe ich den geheimnisvollen urheber gewisser dunkler ereignisse entdeckt so steht es mir wohl zu mit ihnen darüber zu reden und dabei gebrauchte ich einige kennworte wie sie unter kabbalisten gang und gäbe sind schön entgegnete er gelassen ich will ihnen dieses recht nicht streitig machen was haben sie mich zu fragen welchen umfang kann menschliche willenskraft unter gewissen voraussetzungen erreichen sie meinen wie weit unser gedanke reichen könnte nun wohl sammeln sie ihre gedanken und mit eines atemzuges kürze befinden sie sich in china sehr wohl aber mein gedanke übt deshalb noch immer keine macht in china aus geben sie nur ihrem willen den gehörigen ausdruck und diese macht wird ihrem willen zufallen schreiben sie einen gedanken nieder früher oder später wird von ihm chinas ganzer politischer zustand beeinflusst werden ist ein gesetz nicht ebenfalls ein gedanke der gedanke ist unendlich und deswegen wohnt ihm eine unendliche kraft inne auf den wert des gedankens kommt es zunächst dabei nicht an aus einem bösen gedanken kann ebenso gut ein übles gesetz erzeugt werden wie aus einem guten gedanken ein heilsames allerdings wird meine anschauung nur durch das was sie da sagen bestätigt es ist schon so dass das menschliche gehirn seine ideen mittels unsichtbarer ströme auf ein anderes menschliches gehirn übertragen kann und dass das ebenso schnell geschieht wie wenn man einen gedanken durch sichtbare mittel verbreitet darin dass ein gedanke sich in der wirklichen welt durch seine erfolge und wirkungen verewigt ist die unsterblichkeit des gedankens begründet selbst wenn das gehirn das ihn formte längst aus der zeitlichkeit abgerufen ist aber die gedanken der lebenden können sogar die kraft haben die gedanken der toten wieder zu beleben so wie sie seinerzeit sich bei jenen toten äußerten freilich werden die gedanken der toten welche dieselben jetzt haben von den willensgedanken der lebenden nicht erreicht sind sie nicht auch der meinung erlauben sie mir mit meiner meinung zurückzuhalten ob schon auch nach meiner ansicht der gedanke in die grenzen gebannt ist die sie ihm gezogen haben aber fahren sie mit ihrer meinungsäußerung fort sie wünschten eine besondere frage an mich zu stellen ende von abschnitt fünf abschnitt sechs von das haus des schwarzen magiers von edward pulver litten diese libribox aufnahme ist in der public domain aufgenommen von claudia sterngucker teuflische schlechtigkeit von einem unbesieglichen willen ausgehend vermag folgeerscheinungen hervorzubringen wie wir sie von der schwarzen magie her kennen zumal wenn der böse wille auf einem starken temperament fußt und durch gewisse wissenschaftliche mittel unterstützt wird so können sich an den wänden eines menschlichen wohngemaches alle verbrecherischen gedanken und missetaten die einst in jenem raume sich entfaltet hatten durch gespenstische wiederbelebung von neuem abwickeln auf diese weise erscheinen lückenreiche zusammenhanglose bruchstücke alter tragischer vorgänge wieder neu und gedanken die sich so durch zufall kreuzen wie bei dem durcheinander einer halluzination gestalten sich zu nebengebilden oder lauten die alle nichts anderes bewirken als dem zufällig anwesenden einen fürchterlichen schrecken einzujagen diese phantome sind aber nichts anderes als verkörperte grauenhafte zusammensetzungen von erinnerungen und zur erscheinung gebracht durch tückische sterbliche mit den dingen einer jenseitigen welt hat das nichts zu tun ein menschliches gehirn mit seinem ganzen energiewillen steckt hinter diesen materialisierten erinnerungen von dingen die einst in diesem raume sich abgespielt haben und so teilt sich diesen phantomen von der kraft jenes energischen willens her ein gleichsam menschliches vermögen mit stöße auszuteilen wie von einem elektrischen apparate stöße die sogar den tod herbeiführen könnten wenn der davon betroffene nicht in seiner eigenen ideenwelt kraft und widerstand genug findet um sich über den ansturm dieser geisterhaften mächte zu erheben tiere zum beispiel und seien sie noch so kräftig entbehren dieser bewussten willenskraft und unterliegen somit von entsetzen gefoltert den spukhaften erscheinungen aber der schwächste mensch vermag sich mit erfolg dagegen zu wehren einzig durch die macht des gemüts wir haben in alten geschichten von schwarz künstlern gelesen die von mächtigen zauberern vernichtet wurden von zauberern die ihre schwarzkunst erst vor dem herbeigerufen hatten die morgenländische sage erzählt uns und so besonders in den tiefsinnigen märchen von tausend und einer nacht wie die kunst eines magiers einen anderen magier besiegte und vernichtete in alledem verbürgt sich insofern etwas wahres als ein materielles wesen auf an und für sich ganz neutrale stoffe und elemente seien sie fest oder flüssig seinen eigenen bösen willen übertragen kann dann nehmen jene stoffe eine entsetzliche form an und werden mit unwiderstehlicher gewalt ausgestattet die kraft des bösen wirkt so innerhalb und mittels sonst unbelebter natur gleichsam wie erst durch die einwirkung der natur der blitz auf einmal eine bestimmte form für das auge annimmt damit sichtbar wird und nun zerschmetternd dahin niederfährt von wo aus er geheimnisvoll angezogen wird während er doch vorher unerkannt und unschädlich in den wolken verborgen dagewesen ist so setzte ich dem fremden meine meinung auseinander sie haben einen tiefen blick in die geheimnisse der natur getan entgegnete herr richards ernst und ruhig nach ihrer ansicht scheint ein sterblicher der solche macht wie sie eben ausführten erlangt hat als ein feindseliges und übeltäterisches wesen aufzutreten allerdings ist das ein höchst gefährliches böses wesen wenn es sich seiner macht wie ich darlegte so bedient doch will mir nach allen überlieferungen scheinen dass es gleichwohl über wahrhaft gute menschen keine gewalt hat nur auf solche erstreckt sich seine macht die mit ihm sozusagen in gewisser seelengemeinschaft leben oder die eben nicht imstande sind seiner gewalt sich entgegenzustemmen erlauben sie mir ein beispiel anzuführen das zwar so phantastisch wie nur irgendeine alte mönchsfabel erscheint und gleichwohl doch nicht außerhalb der naturgesetze liegt sie werden sich erinnern wie albertus magnus einmal in seinen schriften ganz ausführlich den prozess beschreibt durch welchen man geister herbeirufen kann höchst eindringlich setzt er freilich hinzu dass diese geisterbeschwörung nur wenig auserlesenen menschen nützen werde denn man müsse bereits als schwarzkünster geboren sein mit anderen worten von natur eine anlage zur magie haben so wie jemand von natur zum künstler oder dichter geboren sein muss dieser leute gäbe es nur wenige und immer müssten sie in einem ganz hervorragenden maße imstande sein ihre gedanken auf einen einzelnen gegenstand zu konzentrieren sie müssten im besitze jener außerordentlichen charaktereigenschaften sein die wir als wirklich unerschütterlich kennen wir wollen uns nun einmal jemand vorstellen den die natur körperlich und seelisch in dieser weise begabt hat einen menschen der vornehmeren schichten angehört dessen triebe entschieden die eines sinnenfrohen menschen sind so dass er nichts höheres als eine leidenschaftliche liebe zum leben kennt diese person soll mit äußerster selbstsucht alle ihre gedanken auf ihr eigenes glück richten von feuriger leidenschaft erfüllt sein fremd allen edlen menschenfreundlichen selbstlosen empfindungen immer nur gerade begehrend wonach ihr im augenblicke der sinn steht ein solcher mensch wird grimmig hassen was sich seinem streben entgegenstellt er wird reuelos die entsetzlichsten verbrechen verüben und hohen lachen zusehen wie andere ins verderben für seine eigenen verbrechen geraten während er selbst von jeder buße von seinen untaten befreit bleibt nehmen wir ferneran daß diese person auch noch dazu zu einer außerordentlichen kenntnis geheimner kräfte gekommen ist die sie natürlich alle ihrer selbstsucht dienstbar macht ein solcher mensch pflegt da eine große schärfe der beobachtung zu entwickeln wohin seine eigene leidenschaft dabei unterstützt und da der egoismus alle seine geistigen fähigkeiten verschärft und verdoppelt so kann eine solche natur selbst auf dem gebiete der wissenschaft zu großartigen ergebnissen gelangen und nachdem ein solches wesen durch immerwährende übung dahin gekommen ist alle anderen zu beherrschen kann es sogar dazu übergehen diese seine herrschgewalt über sich selbst auszudehnen nicht etwa aus guten und edlen beweggründen sondern nur um seine allgemeine machtfülle zu erhöhen mit zähigkeit hängt ein solcher mensch am leben und fürchtet nichts grimmiger als den tod ewig zu leben düngt ihm das höchste wohl kann er nicht hindern daß die jugend schwindet wohl kann er dem gesetze des ewigen werdens und vergehens nicht völlig widerstehen und für sich selbst und sterblichkeit erwirken aber ein solcher mensch kann immerhin auf eine unglaublich lange zeit den eintritt des alterns das versagen und versiegen der kräfte von sich abhalten ein solches wesen pflegt dann in einem jahre weniger zu altern als andere in einer stunde mit der kraft des willens beugt es einer vorzeitigen abnutzung seiner physischen und psychischen kräfte vor so lebt dieser mensch weiter und nur um kein unnützes aufsehen zu erregen und als wunder angestaunt zu werden versteht er sich dazu von zeit zu zeit für seinen näheren bekanntenkreis scheinbar zu sterben er sorgt erst noch dafür dass er die mittel für eine verborgene weiterexistenz irgendwo aufhäuft und verschwindet dann geheimnisvoll durch falsche gerüchte bringt er in den mund der leute dass er da oder dort gestorben sei und sogar ein großes leichenbegängnis stattgefunden habe in wahrheit taucht dieses wesen aber am anderen ende der welt wieder auf wo es von niemandem gekannt weiterlebt und nicht eher sucht es die städten seines früheren wandelns wieder auf als bis alle gestorben sind die vor dem es von angesicht zu angesicht gekannt hatten der ungeheure egoismus von dem jenes wesen erfüllt ist schützt es davor dass es sich bei diesem dasein elend fühlt wie es jeder mensch von wahrem gemüte sein würde ewig muss ein solcher mensch an sich halten um sein geheimnis niemanden zu verraten solche wesen gibt es und ein mann wie ich ihn soeben beschrieb steht vor mir herzog von x ich kenne sie sie lebten einst am hofe zu xx inmitten von alchemisten und schwarz künstlern und ihr leben floß hin zwischen wohlleben und allerhand standesgemäßen händeln im vorigen jahrhundert lebten sie als gaukler und verbrecher unter einem anderen weniger vornehmen namen dann mussten sie vor dem arme des richters fliehen weil sie das gesetz schlimm verletzt hatten schließlich kamen sie nach london zurück als harmloser reisender aber von denselben bösen leidenschaften erfüllt die in ihrem herzen seinerzeit tobten als in diesen straßen menschen wandelten die jetzt nicht mehr leben du verruchtes bild des lebens im tode des todes im leben du zerrbild aller wahrhaften und edlen mystik entferne dich aus den bezirken der anständigen menschheit kehre zurück zu den trümmern dahingesunkener städte kehre zurück in die wüstenei der unerlösten natur da antwortete mir mit so melodischem bezauberndem klang ein flüsterlaut der mich von kopf bis zu den füßen durchrieselte und alle widerstandskraft in mir aufhob ganz leise aber dennoch deutlich vernehmbar hörte ich einen menschen wie sie habe ich in den letzten hundert jahren immer gesucht endlich habe ich ihn gefunden und nun werden wir nicht voneinander scheiden bevor ich von ihnen erfahren habe was ich zu wissen wünsche so wie in dieser stunde war nie zuvor und wird auch später nicht wieder in ihnen die kraft lebendig sein die vergangenheit zu durchschauen den schleier der zukunft zu heben es lebt in ihnen eine sehkraft geboren aus dem starken geiste eines kräftigen mannes und die nichts gemein hat mit den fantasien hysterischer weiber so schwinge dich denn empor und zieh gleichsam wie auf adlers flügeln fühlte ich mich empor gehoben während der fremde so zu mir sprach die schwerkraft schien für mich aufgehoben zu sein die mauern des saales verschwanden vor mir erstreckte sich das weite himmelsgewölbe ich fühlte nicht mehr die beschränkung meiner körperlichkeit ich wußte nicht wo ich war jedenfalls fühlte ich mich über zeit und raum erhoben wiederum vernahm ich das einschmeichelnde geflüster ihre schilderung war richtig in der tat sind mir kraft meines willens große geheimnisse geworden auch das ist richtig dass ich durch meinen willen und durch meine kenntnisse in den wissenschaften imstande war den natürlichen ablauf meines lebens hinauszuzögern jedoch das alter allein ist es nicht das den tod mit sich bringt antworten sie mir habe ich es in der hand die zufälle abzuwehren die sich mir entgegenstellen könnten nein was wir zufall nennen ist immer nur vorsehung und der vorsehung gegenüber ist der menschliche wille machtlos werde ich durch das was sie zufall nennen oder durch das langsame unwiderstehliche vorwärtsschreiten der zeit endlich nach jahrhunderten sterben der zufall das was sie zufall nennen wird die ursache ihres endes sein ist das ende noch weit entfernt es klang als wenn die fragende stimme dabei leise erbebte mit meinen augen betrachtet haben sie noch weit bis zu dem ziele und werde ich wieder bevor mir das ende bereitet ist in eine menschliche berührung mit den lebenden kommen so wie es war bevor ich mich den magischen künsten zuwendete werde ich wieder fühlen lernen mit den menschen an ihren streben und mühen teilnehmen wird wieder ehrgeiz in meine seele ziehen und wird mir die kraft der weisheit beschert sein mit der ich die macht erlange die außerordentlichen menschen von natur zusteht wohl wird ihnen noch eine rolle bescheiden sein durch welche sie die ganze erde in verwirrung und schrecken versetzen werden es bleiben ihnen noch jahrhunderte aufgespart in denen sie der sie selbst ein wunder sind wunderbare pläne zu verwirklichen haben dann wird die macht der geheimnisse eine edle anwendung finden dann werden sie der herrscher über die menschen werden zwischen denen sie jetzt wie ein fremdling einhergewandelt sind völker und throne werden zunächst durch ihren verderblichen zauber wie in einen strudel hinabgerissen werden gleichsam wie am strande des meeres bäume und sträucher von einem wirbelwind erfasst in die flut hinabgestoßen und wieder von ihr zurückgespien werden aber wider ihren eigenen willen werden sie selbst im zerstören noch ein erbauer sein was sie mir verkünden ist das nahe nein es ist noch weit entfernt doch wenn eintritt was ich prophezeie dann naht sich auch ihr ende und vom schauplatz des lebens treten sie ab wo und wie ist das ende im osten oder im westen im süden oder im norden dort wo sie noch nie gewesen dort wohin sie ihr ins ding zu gehen gewarnt hat dort wird sie der gewaltige arm ergreifen der tod vor meinen augen erblicke ich ein schiff ein zauberschiff ruhelos jagt es hin es segelt fort und fort es scheint als folgten dem schiffe ganze legionen von flotten aber es sind nur trugbilder eisberge türmen sich auf der himmel ist mit einer seltsamen röte umzogen hoch über der eiswelt glänzen zwei monde herab zwischen glitzernden wänden ist das schiff jetzt eingeklemmt von eisfelsen völlig umgeben auf dem verdeck liegen tote umher eiskalt und starr die bleiche farbe des todes untermischt mit einem fahlen grün alle sind tot nur einer lebt sieh die zeit hat auch an ihrem leben genagt so langsam es für sie dahinfloß auf ihrer stirn sind die falten des alters zu sehen und in ihrem gehirn dahinter ist ihr fester wille von einst erschlafft gleichwohl ist er immer noch stärker als der wille aller menschen die mit ihnen waren denn durch den willen allein haben sie noch ihr leben gefristet obschon hunger und kälte sie wütend peinigen dort oben in jener starren eisregion gehorcht die natur nicht mehr ihrem willen kalt und eisig strahlt es vom himmel die luft ist um sie her wie eisige wellen und die eisfelsen drohen das schiff zu zerspalten hören sie wie es in allen fugen kracht und splittert immer enger und klammert das tödliche eis das zerbrechende schiff ich sehe einen mann vorwärts schreiten das schiff verlassen und die toten hinter sich zurücklassen jetzt klettert er die schrunden und klippen eines eisberges empor fahl beleuchtet vom scheine jener beiden monde sie sind es nichts wie entsetzend spricht aus ihrem ganzen wesen und furcht und angst hat ihren willen ganz gebrochen von den gletschern der eisberge her nahen sich grauweißliche entsetzliche wesen eisbären sind es die ihre beute wittern immer näher und näher kommen sie heran indem sie schwanken ihre plumpen körper heranschleppen an diesem tage wird ihnen ein augenblick länger vorkommen als alle jahrhunderte die hinter ihnen liegen und nun nach diesem leben erwartet sie der segen oder der fluch der ewigkeit still sprach es mit flüsternd zu mir noch weit weit entfernt ist jener schlimme tag einstweilen kehre ich zu den düften und freuden von damaskus zurück schlafe schlafe es wurde mir dunkel vor den augen das bewusstsein verließ mich als ich wieder zu mir gelangte sah ich meinen bekannten an meiner seite stehen er hielt meine hand in seiner und meinte lächelnd sie behaupteten immer vom mesmerismus nicht besiegt werden zu können und nun hat sie doch der einfluß meines freundes richards überwältigt wo ist herr richards eben ging er fort nachdem sie das bewusstsein verloren hatten er sagte ganz ruhig zu mir vor einer stunde wird ihr freund nicht zu sich kommen so ruhig wie es mir möglich war fragte ich nach der wohnung des Herrn richards er wohnt im trafalgar hotel bitte reichen sie mir ihren arm sagte ich zu meinem bekannten ich muss ihn unbedingt aufsuchen denn ich habe dringend mit ihm zu reden als wir in dem hotel anlangten wurde uns die kunde dass er richards vor einer halben stunde in das hotel gekommen sei seine rechnung beglichen und seinem griechischen diener den befehl gegeben habe seine koffer zu packen er solle mit dem nächsten dampfer der morgen von southampton abgehen würde nach malta abreisen er selber habe so habe herr richards hinzugefügt noch in der nachbarschaft besuche zu machen und wüßte nicht genau ob er den gleichen dampfer erreichen werde auf dem sein diener fahren sollte wenn ihm das nicht möglich sein würde dann würde er eben mit dem nächsten schiffe nachfolgen der hoteltürwart fragte mich nach meinem namen als ich ihn genannt hatte sagte er mir dass er richards einen brief für mich zurückgelassen hätte falls ich nach ihm fragen würde hier sei der brief ich öffnete das schreiben und las darin folgendes mein wille war ihre gedanken zu erforschen mein wille war sieger und sie haben sich mir offenbart sie sehen dass ich über sie gewalt habe ich befehle ihnen nun innerhalb dreier monate von diesem tage an niemandem mitzuteilen worüber wir beide gesprochen haben und auch diesen brief niemandem zu zeigen selbst dem freunde nicht der ihnen in diesem augenblick zur seite steht drei monate hindurch haben sie über meine person und mein wesen völlig schweigen zu beobachten versuchen sie nicht wieder mein gebot zu handeln selbst wenn sie an meiner macht zweifeln sollten ihnen ein solches gebot aufzuerlegen erst vom ende des dritten monats an nehme ich meine macht von ihnen weg sie sind dann des zaubers ledig im übrigen sollen sie nichts von mir zu befürchten haben wenn sie dereinst gestorben sein werden werde ich genau ein jahr nachdem das grab sie aufgenommen hat ihre letzte ruhestätte besuchen so endete diese merkwürdige geschichte von der ich nicht verlange daß jeder der sie liest sie voll glauben und verstehen soll genau nach drei monaten nach empfang dieses letzten merkwürdigen briefes griff ich zur feder und schrieb alles getreu nieder wie ich es erlebt hatte vorher brach ich das schweigen nicht und auch meinem freunde der zusah wie ich beim scheine des gaslichts den brief las zeigte ich trotz seiner eifrigen bitten nicht was mir der rätselhafte fremde geschrieben hatte das haus des schwarzen magiers von edward